Hallo, ich bin die Merle, wir sind hier im Dreischütter Brauhaus und ich mache Lehr als Köchin. Was sind deine täglichen Aufgaben? Als Lehrerin müssen wir Vorbereitungsarbeiten machen, die Ware verräumen und zum Beispiel auch anrichten. Und wir schauen immer, dass unsere Gäste mit einem Lächeln heimgehen. Was taugt dir besonders an diesem Job? An meinem Job gefällt mir einfach, dass ich kreativ sein kann und beim Anrichten auch einfach ein bisschen mitbestimmen kann, wie und was angerichtet wird. Ich habe super Kollegen, das heißt man kann auch ziemlich viel Spaß haben in der Küche und außerdem kann man viel lernen in der Küche, also für das ganze Leben. Was gibt es Cooles in deiner Firma? In unserem Betrieb haben wir eine kostenlose Verpflegung. Wir können in der Küche jede Abteilung einmal anschauen vor der Lehrabschlussprüfung und wir kriegen auch viel Rabatte, zum Beispiel auf das Freistaat 4 oder vom Brau-Shop, überall vor. Wenn du gerne kommst, kannst du echt gerne mit Oma kommen zum Schnuppern, wir würden uns echt freuen. Finde deinen Job auf www.meinjob-freistaat.at